Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen und weiterhin kleinen Aufnahme Skyforge an einem wunderschönen Freitag zusammen mit dem, das weh und meiner Wenigkeit lädt ihr. Hi. Hi. Eigentlich wollte ich immer sagen, Scooby-Doo-Doo, aber ich dachte mir dann so, nö, so aufgetritt bin ich eigentlich nicht. Wobei... Wir sind bei Skyforge. Wir sind bei Sky... Uh, guck mal da. Was ist das? Wie das aussieht? Das sieht aus wie so ein Virus. Ja! Ein tödliches Virus! Wir sind aber voll süß! Voll die schönen Farben, ey. Ja, und wir müssen die schnetzeln. Altäre des Lebens. Ach, da unten. Cool. Wir müssen die töten. Nein. Oh, das ist total sinnlos. Na, guck mal da. Da hinten ist mein Wirbel. Oh, die sehen aber auch irgendwie aus wie so kleine Gehirne. Ja! Wow. Ich bleib bei Virus. Oh, guck mal, da kann man wieder das extra sammeln, hier hinten. Geh und führte es. Lalalala. Oh, ich kann hier irgendwas sammeln. Ja, das ist wieder so versteckt. Ah. Da hat Nikos' Halle. Wir sammeln... Oh, guck mal hier! Oh, Alter, das Leben! Boah! Nice! Guck mal, wie das aussieht. Ah, das sind... das sind... das sieht aus wie Synapsen. Mhm. Cool. Ey, was ist das denn? Ähm. Ich hab's zerstört. Ja. Wir haben die Synapsen... Ach ne, das waren die Vieche. Die haben sich da drum herum gewickelt. Ja. Ich will die eigentlich nicht töten. Die sind so niedlich. Vor allem, wie süß sie sterben. Vor allem, wie süß sie sterben. Wir sind Level 30. Krass. Ich überlasse ihn hier. Oh, danke, danke, danke. Für die Fliege. Oh, Platz! Oh, hier ist ein Pups. Ein Leuchtepups. Erde wird... Oh, ne, ich bin voll. So, Schnetzeln? So, ich lauf ein bisschen gegen den Stein. Hallo? Es gibt's... ich häng fest! Nein! Guck, guck mal! Das ist ja erbärmlich! Guck mal, wo ich häng! Das ist ja nicht mal ein richtiger Felsen! Kannst du nicht springen? Yeay! Hallo! Ich mach Kasatsch... Wie heißt das? Kasatschaks? Ne. Kasatschok? Ah, Kasatschok! Wie ging das nach B? Nee. C? Mit G, mit G! Oh. Ja. Auch schön. Ah, fände ich jetzt! Ja. Nein. Na... Oh, nein. Ich will keine Nachricht sein. Wie war das nochmal? Du musst auf G, dann... Dann Emotions... Genau, Emotions... Und dann... Ich stecke fest. Genau. Okay, das sieht lustig aus. Ich furze! Ich furze! Ich furze! Ich furze! Ich habe Darmbeschwerden! Ich muss pupsen! Haben wir doch zu viel Darmgas genommen! Ich hab Darmgas! Das sieht echt lustig aus, wie ich da häng... Ich sterbe! Mein Bauch spannt so! Das ist übrigens echt übel, wenn man sowas hat. Also... Ja. Ach, ja. Da hinten wieder so ein komisches Portal-Ei, wo wir nicht reinkommen. Huch! Nein! Oh, nee. Jetzt geht's aber nicht. Oh, nö! Wo bin ich denn gelandet? Äh, wo muss ich denn hin? Äh. Ach, da hoch. Okay, ich weiß, wo ich bin. Ah, hier kann ich was sammeln! Boah, jetzt muss ich Kilometer erstmal da hochjoggen! Boah! Du Arme! Kann ich irgendwie... Nein. Ja, das war wieder selten intelligent. Gar nicht mal so gut, wa? Das wäre eigentlich voll cool, wenn man sich einfach zum anderen beamen könnte. Ja. Sodass man nicht 1000 Kilometer um die gesamte Map rennen muss. Ja! Das fände ich auch gut! So wie bei äh... Äh. Äh, Starbound! Ja! Wie heißt das Spiel nochmal? Ähhhhhh...! . Man kommt wieder tipo de! . Original! So, ich lauf durch euch durch, hier macht mir nichts. Ich bin zu diesem Altar! Ich warte hier auf dich. Was?! Ach, lauf doch weiter, du kommst sowieso um den Berg rum, oder? hm! Ah ja, da ist das Ei. Ja, lauf ruhig weiter. Kommt von da hinten rum. Okay. Ah, da bist du. Hallo, nicht hüpfen. Space. Lololololo, ich hab nichts zerstört. Das ist bestimmt eine gute Idee, viele auf einmal zu achten. Achtung! Und Space. Ne, jetzt kann ich gar nicht spacen. Keiner. So. Er ist weggeblockt. Ja, das klingt gut. Hier können wir wieder sammeln. Zauberung des Turms. Block! Ah, süß! Block! Jetzt geh ich schon mal zum nächsten, Alter. Ja, ja, den hab ich da hinten schon. Ja, ich war nicht. Ich bin hier von hinten gekommen. Echt? Oh. Woran erinnert mich dieses Geräusch? Dieses Krupp? Oh, bist du da gewesen? Hier kannst du sammeln. Ach, hast du schon, oder? Hab ich schon, ja. Da wieder so ein, so ein seltener Crystal. Ich will mit diesem Portal irgendwas machen können. Super nervig. Was ist das? So. Da unten ist noch eins. Hier ist auch noch eins. Und hier ist noch zum Sammeln. Nein, ich... Sammeln. Hier ist zerstören. So. Nicht hüpfen, Space drücken. Mein Gott. Ist das denn so schwer? So, bitteschön. Alle sterben. Einmal Schnetzeln. Ah, die platzen. Ah, die platzen. Das hört sich voll putzig an. Nimm die Bombe. Nimm sie. Hau sie. Ein Furz. In der Luft eingesammelt. So. So. Dann haben wir da hinten noch ein Altar. Yes. Indeed. My dear. So, einmal das zerstören. Zerstören. Sehr gut. So, einmal Schnetzel. Oh, wir haben ja Familientreffen schon wieder. Hier kommen gerade noch zwei. Familien-Blob. Ja. Oh, das ist so niedlich. Zu niedlich für dieses Spiel. Äh... Blob, Blob. So, okay. Ähm... F. Wow, 1,2,19. Erwachte. Hier ist wieder so viel auf der Karte. So viel. Willst du mich verarschen? Hm? Wie? Was? Der Altar hier vorne. Kommt dir da irgendwas komisch vor? Was soll mir da komisch vorkommen? Ist der bei dir nicht umhüllt von diesen Viechern? Doch. Ja, warum? Wir haben es doch gerade befreit. Was soll der Scheiß? Ja. Vielleicht sind das unsere Synapsen. Ja, genau. Göttliche Synapsen, die genauso aussehen wie die Feinde. Oh, guck mal, da kann man auch sammeln! Was da, loh? Yeah! Ach ne? Was? Nein! Die Quest ist vorbei! Na gut. Es stinkt nur. So, okay. Äh, Map. Ähm. Da hinten ist wieder ein Boss. Äh, einsames Leuchtfeuer. Äh, wo? Ah, da, ja, ich seh es. Hä? Und der Schleich? Ach so, wir wollten ja zum Schleichen stehen. Ja genau, wir wollten einen schleichen lassen. Mein Gott. Ja stimmt, das hat ö- Ja, Mann. Das hat hier alles, äh, Systeme und so. Hä, wo müssen wir denn jetzt atmen, aber? Hä? Ich glaube, ich weiß den Weg. Richtung die Suche geht weiter. Jupp. Jupp, genau. Ja. Wir können ja mal Appetit hat hier neben, wa? Ja. Na, ich lauf diesmal. Ein Konvoi! Okulat! Oh mein... Hä? Okulat? Sorry, aber Okulat erinnert mich an irgendwas und das ist nicht anständig. Wow. Was? Ich hab grad alle getötet. Mit einem Hieb, ja, ich hab's gesehen. Mit einem Hieb, ja. Und dann wundert die sich noch. Danke. Ach, zwölf Prozent! Ach, die Kleinen müssen wir töten. Aha! Juhu! Äh, guck dir mal den an. Der hat grad gezappelt. Wenn du fertig mit Schnitzeln bist, guck dir mal den an, wo bei mir ist. Was? Bei dir ist sie was? Ja, ein verbesserter Sekutor-Schleicher. Ich hab den Schleicher gefunden. Hiiii! Der schleicht auch. Der schleicht auch. So, so best. Einmal das für dich. Und das für euch. Einmal das für euch. Ich bin wieder grau. Ich brauche einen Furz! I need a Furz for me. A little Furz. A little Furz for me. Ach, fuck. Warum hat man sich zuerst angegriffen? Hm, ich sterbe gleich wieder, hab ich das, äh... Wann nicht, wenn ich in Bewegung bleibe! Jaaaaaaaaah! Und immer rückwärts. So? Tot. 75%? Ich übrigens auch gleich. Woohoo, woohoo! Was? Wie hast du, wie du angegriffen? Jaaa, ich, ähm... Naja. Hü-hü, ich lauf rückwärts. Ich hab die Hoffnung, dass er mir nicht lange folgt. Und es ist tatsächlich so. Ahhhhhhh! Gibt's hier irgendwo einen Furz? Ich brauche ganz dringend einen Furz. Kleiner, komm da her. Töte die, dann kriegst du nen Furz. Komm da her, tötet mich nicht, ich brauche nen Furz. Die haben keine Furze! So, den hab ich getötet. Den Furz? Ja, die kleinen Furze. Äh, nicht so. Die ständen da Furze. Ich muss einfach warten, bis ich von selbst wieder heile, alles gut. Ich tue schon mal ihn angreifen. Okay, komm. So, ich mach C. Hier ist nen Furz. Ich hab hier nen Furz. Jaaaa! Wobei, jetzt bin ich wieder bei 100% an. Okay. Er mag mich nicht. Wie, da, warum das denn? Äh. So, einmal einfrieren. Sooo, das läuft ja gar nicht mehr so. Wo ist er denn? Ja. Schön, einmal eindrehen. Bitte scannen die Leiche, das ist auch was, dann können wir helfen, die Todesursache festzustellen. Nein, ein Scan ist keine Leiche, ich bin mitten im Kamm. Heute? Hat das denn noch alle? Wir sind ein bisschen beschäftigt. Ja. Fürze! Hab ich gebraucht. So, äh, in den Fürzen liegt die Kürze. Das reimt sich nicht. Quest abgeschlossen. Bei mir noch nicht! Ich muss doch so die Kleinfiecher da beseitigen. Ach ja! Auf geht's! So, Kleinfiecher. Bitteschön. Hast du, hast du die Leiche gescannt, warte? Noch nicht. Habe ich? Doch! Doch! Nein! 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 Dann warte ich nach meinem Scanner-Leiche. Kannst du aufhören! Schon gut! Doch, wenn das so ist, dann krabsche ich dir mal am Hintern! Ja! Alles klar, irgendwie! Da will ich eh nicht dabei sein! Vorsicht! Der Scanner sagt, dass sie in einem unfassbar starken Gift gestorben sind! Irgendwo in der Nähe muss eine Kuma sein! Eine Kuma! Eine Kuma-Mama! Eine Kuma-Mama! Eine Kuma-Mama! Mama! Mama! Kuma-Mama! Kuma-Mama! Mau! Au! Mau! Fünf und zehn. Okay, äh, so. Ich finde das versteckte Kuma-Assassive! Alles klar! Eine Kuh-Assassive! Stell dir das mal vor! Kommt die von oben runter! So ne Kuh mit Euter! Was ist denn? Okay. Und... und den Outfit! Ja eben! Und er so... Boah, ich hätte die mal vorne Kuh mal in Ezio-Trio losieren. Oh Gott. So! Auf! 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 Auf in den Tod! Ich habe uns beschützt! Hä? Vor was? Du bist gar nicht hinter mir? Nein. Jetzt bist du neben mir. Sind das die Höhlen-Kumas? Ja. Hallo, hallo, moin. Na, wie geht's? Alles gut? Alles locker? Toll. Es hat sich sofort gar nicht gelohnt, das einzusetzen. Egal. Bestell mir das unbekannten Virus, indem die infizierten Kumas... Indem du gegen infizierte Kumas kämpfst. Okay. Da reicht eigentlich eine Kuma, aber egal. Ja, die ist ja so groß und infiziert. Ja, also... Ich mein, äh, bei Hagrid, äh, Aragok, hat's auch gereicht ein... Bisschen von seinem Serum... Äh... Hey, bei dir geht's wieder ab mit einem Hund! Wuuu! Ach, ach, ach! Pfff, ich beiß zurück. Okay, toter Hund. Nee, 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 gut. Turcht mit Hals. So. Ah, du bist da oben, okay. Ich kämpf mich hier unten ein bisschen durch. Oh, wie schön die sterben! Ja, mit ihren wundervollen Popöchen. Ja, wo er dann immer so schön nach oben klappt. Ja. Hi! Gute Nacht! Bist du bei mir? Ah, nee. Ja, ich stelle doch an Kumas. Hi, hi, hi! Du bist aber groß! Hi! Und Halsgenau. Das hab ich... Ich habe die Kuma-Assassine gefunden. Wo denn? Hier. Aber ich muss noch ein paar Kumas-Schnitzeln, bevor ich gegen sie kämpfe. Ja. Da sind noch welche. Und mich? Wie... Wie Prozent hast du? Bei den Stämmen des unbekannten Virus? Ich sag's lieber nicht. Du hast es fertig? Nein. Okay. Welchen hast du? Ich habe 44. Und du? Ja, traurige 24. Oh! Jetzt habe ich traurige 44. Kuhn, Kuhn, Kuhn. Kuhn, Kuhn, Kuhn. Ihr seid so süß. Oh! Es hat so eine Zipp! Oh, wie schön! Voll die schöne Farbe und tot halt. Scheiße, tot! Ja, war so schön! Nein, nein, nein. Ihr seid echt höf, Leute. Äh, Spinnen. Ich geh auch immer in eine Spinnhöhle. Ey, ihr seid echt geil! Hängt ruhig weiter ab! Ich gönn's euch! Ja, gönn's euch! Sooo! Sooo! I'm available to this. Toadis. Ähm, kurz. Ein Darmgas. Ein Darmgas! Ich bin auch ein Darmgas! Eigentlich wollen wir gar nicht hin und her laufen wie die Idioten, weil eigentlich können wir da stehen bleiben, wo wir sind und dann spawnen die sowieso irgendwann mal. Oh, es ist grad bei mir der Fall gewesen, aber... Ah, der hat geworfen? Okay. Hm. Der hat geworfen, okay. Das klingt auch irgendwie gerade wieder falsch. Babys? Oder was? Nee. Spontangeburt! Ein Pocketball wurde geworfen. Ein Pocketball wurde geworfen. Okay, ich brauch'n Darmfurz. Ein Namenfurz? Ein Darmfurz! Ach so! Ich hab'n Namenfurz. Mein Namenfurz. Ich heiße Maria! Pfff! Oh, Maria! Egal! Huch! Der kommt schon aus dem Boot gekraffelt. Oh, was riechen hier so Strenge! Maria begrüßt wieder alle! Oh, Maria! Hör doch mal auf! Alle wissen, wie du heißt! Ist dir alles gut, Maria? Maria! Setz dich hin! Oder halt die Schlauze! Lass die Arme unten! Was?! Oh Gott! So! Weiter noch's Kraft! Ja, ich auch! Oh, sowieso! Da hab' ich keine Zweifel dran! Ah! Ich bin grad voll aus Energy! Ich merke das gerade! Ja! Weg bei mir halt gar nicht mehr Energy! F! Toll! Zwei von 14! Wow! Okay! Weiter geht's! So! Findet die, äh... Findet das Versteck der Kuma-Assassinen! Gib mir ein Pocketball! Gib du mir ein Pocketball! Ich weiß, du willst das! Ja, du hast mir ein Pocketball gegeben! Geil! Ich bin fertig! Pff! Das klingt! Ich bin fertig! Ich bin befriedigt! Ah, jetzt ist die Welt wieder ein Stück besser! Ah! Ich komm zum Assassinen! Ja, ja! Ich bin da! Ich guck mir grad die Spideys an hier! Die sind schon so süß! Ich bin da! Wenn man die so beobachtet, was sie so machen... Oh, ich muss nie... Oh! Gesundheit! Ah! Entschuldigung, ja! Ah! Okay, ich wollte das eigentlich nicht! Mach wo! Du! Da leben noch drei! Äh! Ich frage... Ah! Schön! So unbewusst! Weißt du, und ich guck so in die Richtung, wo die langsam anmauschiert kommt, und du reagierst einfach nicht und denk mir so, ich sag mal vielleicht was, dass du da mal... Ich hab nichts gesehen! Na gut, ich hab wirklich keine Augen aus! Äh! Was hat mit ihr hinten? Was zur... Was treibt die denn da? Was macht die mit ihrem Arsch? Ihhh! Die hat mich ange... ange... webt! Nennen wir's mal so, ne? Wow! Okay, ich brauch C! Ganz direkt! Hier, bitteschön! Du! Die hat ihren Schleim auf dich! Genau! So, dann machen wir noch das da! Oder machen wir das da! Und dann machen wir das da! Oh! Oh! Das hier kann ich noch leider nicht! Okay! Ich wurde... wurde ange... Angewebt! Uh! Ja, angenetzt! Angenetzt! Yay! Ich will doch gar nicht mit ihr verbunden sein! Uns verbindet gar nichts! Ich komme zu mir! Ich bin ein Gott und sie ist ein Tier! Na, du bist ein Haltgott! Du bist ein Haltgott! Haltgott! Ja! Und ich hole mir mal ein bisschen Darmwurz! F! Mach das! Scannende Gegend! Juhu! Geh zum Forschungszentrum und lass dich weiter beleidigen! Ähm... Alter, die Geräusche hier! Ja... Oh, die komisch Geräusche! Ja gut, hier gibt's auch ganz viel Darmgas! Oh ne! Was ist denn jetzt? Jetzt ist aber dieser dämliche Baustamm hier! Alter! Du bist grad auch an dem hängen geblieben schon! Jaaa! So, dann wollen wir! Ich geh mal auf mein Reit hier! Ja, wo die geht? Mir ist das grad so anstrengend! Ich lauf die 400... noch was... Meter! 428... Ey! Äh... Ne, ich häng schon... Was ist denn hier? Ho! Ich steck schon wieder fest! Ich steck schon wieder fest! Könnt ihr... Oh, jetzt nicht mehr! Ah! Direkt von... Du... Du kannst nicht kämpfen! Äh, Quatsch! Du kannst dich reiten, weil du befindest dich grad in einem Kampf mit Spinnen! Bäh! Du kannst dich fliehen! Das ist von dem Spiel nicht vorgesehen! Äh, äh! Stelle dich da in den Ängsten! Dann kannst du reiten! So, zufriedenspielen! Ich kann jetzt reiten! Dankeschön! Auf geht's! Space! Was für ein Arsch, ey! Nein! Ich mag das Spiel wirklich! Ich mag das Spiel wirklich! Aber mir ruckelt's ein bisschen! Au! Au! Entschuldigung fürs Ruckeln! Entschuldigung! Nicht mit Absicht! Ich mag das Spiel! Ich auch! Ey! Wir sind bei 21 Minuten! Wir könnten eigentlich jetzt hingeritten sein und dann dort sein in der nächsten Folge! Ja! Wäre plausibel! Wäre ne Idee! Okay! Alles klar! Dann bis zum nächsten Mal! Bis zur nächsten Folge! Howdy! Tschüss! Tschüss! So, die Zukunftskont�� junkie ausseATION soll! Das ist ein kinder pareil im convictions! Wir brauchen ja total venom, was von der Mitte. Have тысяч Zeitpunkt ein bisschen succeed! Vielen Dank.